wo ich die zwei kameraden gerade im titelbildschirm hier gesehen habe bzw im ladescreen ich war gerade mir einen kaffee machen war gerade außerhalb vom game ja bei denen müssen wir halt auch noch vorbau vorbeischauen bei haus vulkan ja bevor wir hier weitermachen irgendwie in tiefwurz wie auch immer wir jetzt hier gelandet also wie wir hier gelandet sind das weiß ich aber was jetzt hier generell so abgeht keine ahnung möchte ich mich noch ganz gern bedanken bei meinem supporters club vielen vielen dank für jegliche unterstützung auf meinem kanal also an alle leute natürlich die generellen abo like kommentar da lassen vielen vielen dank dafür ja und natürlich vielen vielen dank auch an die leute die meinen kanal monetär unterstützen das sind namentlich genannt rené torsten kieserling pestarzt tümpel tajana imhoff andreas helbig und sascha shadow 986 vielen vielen dank für euren support ja wir machen jetzt mal hier an der stelle weiter noch bezugnehmend auf den letzten part ist es so ja ich habe mich ja einmal aufgeregt habe gesagt ja oh mist ich weiß gar nicht ob ich eine große rune genutzt habe also ob die gerade aktiv war keine ahnung weiß ich auch nach wie vor nicht ob ich eine große rune aktiviert hatte ja oder nein war natürlich dann dumm zu sterben generell das hätte ich irgendwie verhindern müssen das dazu und wie gesagt es gab ein neues patch auch fürs game und da sind irgendwie die schweren waffen angepasst worden irgendwie gleichgewicht ist angepasst worden ja und solche dinge irgendwie schweren schwere waffen wurden angepasst was die schnelligkeit der attacken und so an angeht also ein paar dinge wurden da einfach mal angepasst und bearbeitet und irgendwie auch pvp und pv schaden wurde irgendwie getrennt voneinander betrachtet ja genau ich wollte mal absteigen vielen dank ja das haben sie irgendwie so angegangen sage ich mal da hinten geht auf jeden fall noch party ab vielleicht womöglich ja und generell muss ich natürlich auch zugeben dass jetzt gerade die erste folge hier ist für mich der gleiche aufnahmetag logischerweise hat schon richtig gebockt also war schon ganz lustig irgendwie auch wenn ich echt gar nicht checke was ich jetzt hier so treibe ja baum traumhaft ja da gehen wir mal zurück so und ich denke mal die sache ist ziemlich klar da vorne wie oft mir das passiert dass ich irgendwo über irgendeine klippe über irgendwas horizontales drüber brettere und hinten dran irgendwie irgendwie ja ein loch ist wo ich dann also eine klippe ist wo ich dann runter stürze fun fact bei asterigos habe ich bis jetzt sechs tote und drei durch sturz schaden also durch irgendwo ich bin irgendwo runter gefallen oder so ja da sind ziemlich viele leichen ziemlich viele ameisen und ich kann leute rufen das klingt alles ziemlich krass nach falle aber da bin ich natürlich voll dabei habe ich voll bock drauf so hier die stellen wir hier auf und da wird mal ein bisschen rum geballert so leute auf geht's ballert mal wie wild rum und dann gucken wir mal was hier passiert die wahrscheinlichkeit dass wir jetzt hier sterben ist hoch aber ich habe bock drauf genau schießt die mal vom himmel genau sehr schön ja vielleicht stürzen die dann so runter auf einen drauf wenn man vorbei läuft so ist es natürlich eine nette sache was jetzt xp und so angeht würde ich mal sagen oder so die hau mal alle weg sind schon ein paar weg das ist schon mal sehr angenehm kommen baller kollegen ballert mal ist ob da ist noch einer okay ganz vercheckt irgendwie so baller kollegen ballert sehr schön ach ich liebse einfach vielen dank traumhaft ist das wirklich die einzige gefahr die von hier aus aus geht oder kommt da noch was wunderschön ist so die mutter aller fliegenden ameisen kommt die jetzt oder so das waren was waren das für move was hast du vor gehabt selbstmordkommando oder so ja ballert die einfach mal abkommen ich will meine genau ich will meine bolzen sparen ja da haben sie mal einen schönen dienst erwiesen hier traumhaft wir machen eigentlich gut xp wird geht da vorne ab das sind noch mal welche hier okay ich mir gerade hin seit mir wollte gerade sagen was seid ihr für fischer ihr seht irgendwie anders aus aber irgendwie doch nicht passt schon das ist das die die nachhut oder was ja kommen jetzt kein schrott machen war da noch mal einer vorbeigebrettert oh 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 ich bin echt ein bisschen arroganten shit den ich mir hier zusammen spiele arroganter shit ja da ist wirklich das sind noch welche am start wo kommen die jetzt her kommen die da aus ihren löchern oder was kommen ballert sie nieder schön in die schädel rein immer schön in die schädel rein wunderbar also war absolut traumhaft xp gibt es hier ohne ende es macht auch echt direkt wieder fahren das muss ich schon echt zugeben sage ich schon die ganze zeit also fun faktor ist definitiv da geht hier ab nix na geheimnis voraus im leben net das ist doch eine lüge lüge definitiv lüge zumindest mal stand jetzt so meine typen laufen auch da irgendwie rum ja also ihr könnt mal gerne den gefallen tun wenn ihr so nett sein wollt und könnt mir in die kommentare schreiben wenn ihr da über den patch mehr bescheid bis beziehungsweise ich schaue mir das dann auch in ein zwei vor in zwei folgen denke ich mal schaue ich mir den patch genauer an das ist ja für euch schon wochen alt ja da gucke ich mal genauer mir an was da passiert ist um das vielleicht in meinen playstyle so ein bisschen mit einzubauen ich habe irgendwie gehört das gift stärker ist wie gesagt dass die die stärke waffen irgendwie die die gigantischen waffen irgendwie verstärkt wurden irgendwie eine schnellere angriffs animation haben wie gesagt pvp pve dass es da eine gewisse trennung jetzt gibt macht auch absolut sinn so wir haben etliche goldene runen jetzt auch schon am start schmiedesteine auch wieder gefunden ja meine party people laufen da noch irgendwie rum wir hätten noch den ganzen bauch dort hinten noch zu machen mit dem feuer da was ich schon thematisiert hatte in der letzten folge aber es macht echt gerade wieder fahren und ich bin völlig am arsch weil ich null orientierung habe da oben das sieht nach bosskampf oder so aus großes gebiet oder so oder auch nicht oder auch einfach nur eine fingerleserin ich kann darüber guten tag was machst du da oh fürst gottwin solch grausamkeit solche demütigungen mein armes süßes fürstlein hätte einen wahren tod sterben sollen wie sowie der erste halb gott starb wie ein märtyrer dem schicksals tod erlag doch warum muss es solch eine schande sein ein spross des goldenen zweigs zum leben leben im tote verurteilt wie konnte es nur soweit kommen die andere frage die ich mir stelle wie konnte es nur soweit kommen dass ich euch noch nicht umgeboxt habe die frage stelle ich mir und ich glaube das mache ich jetzt auch mal die gehen nämlich echt auch auf den geist ne das sind auch so typen die ich jetzt so mittlerweile mal umlegen möchte was passiert denn dann eigentlich weiß man hat oh ihr gottloser grobian jo machs gut tschüss ihr werdet euch bald die hände schmutzig machen kann sein was mit was mit party ja dann wirft es mir noch so ein bisschen paar nette gedanken nach ist an sich ja vielleicht auch gar nicht mal so eine schlechte farmstelle zu meinem jetzigen zeitpunkt hier noch mal die typen aufstellen die baller da alles nieder habe ich 6000 ep oder so gemacht ist jetzt eine traumhaft ist eine weltbewegend schon klar aber schon einiges habe ich hier überhaupt schon eine karte freigeschaltet nicht habe hier voll im dunkeln rum es geht nie ab so da können wir natürlich mal hingehen ich rufe jetzt noch mal meine leute die sollen alles nieder ballern macht ja sinn oh da ist direkt auch neben mir was los wo kommst wo kommst du jetzt ja ach so warst du auch in der luft ich hab's vercheckt oder was kann das sein aber irgendwie macht es gerade laune so die holen wir uns jetzt extra hier oder kommt schon der nächste angebrettert der nächste kunde auch stimmt die talismane mir gar nicht mehr angeschaut ja ich muss schon sagen ja ich bin ein bisschen unfair zu eldenring muss ich schon zugeben weil ich habe es jetzt wie gesagt digital so ein bisschen in den schrank gelegt mal so ein paar tage jetzt macht es echt noch mal richtig bock zu zocken also alle drei spiele die ich im moment zocke ich weiß gar nicht also die ich hardcore zocke sage ich mal da weiß ich gar nicht welches ich davon spielen soll weil sie alle drei irgendwie richtig geil sind steel rising asterigos finde ich richtig geil könnt ihr mal reinschauen wenn ihr wollt und halt hier eldenring ist natürlich auch richtig geil gar keine frage was geht hier oben ab heranwachsende schmetterling der einfach ein bisschen rumfliegt kann er machen sonst ist hier jetzt gar nichts klar wir können auf die andere seite godwin wird da irgendwie angedeutet oder so in der art irgendwie habe ich gerade bock hier zu kämpfen zu fighten aufzuleveln irgendwie habe ich da richtig bock drauf gerade kommt alle her genau kommt alle einfach her und wenn ihr sowas jetzt auch nicht gemeint sorry sorry ganz locker bleiben scheiße das ist also die falle so löst man sie aus einfach rein brettern und sterben so jungs ich habe mich eigentlich auf euer geballer verlassen wo auch immer ihr gerade rum tingelt leute wo sind die anderen typen mir manchmal so helfen also hier ein bisschen xp machen wo sind die da kommen sie die brauchen immer ein bisschen länger so einfach nur mal sicher gehen natürlich jetzt eigentlich quatsch die noch mal zu attackieren droppen die vielleicht mal was sinnvolles irgendwie bin ich noch mal so auf dem trip dass ich eigentlich arcan energie bald noch mal leveln wollte warum auch immer das macht eigentlich gar keinen sinn wir müssten immer noch auf geist gehen oder so hallo ballert die doch mal nicht so weit weg die kommen gar nicht zum zum machen und tun so ich bin dann doch auf dem trip auf welchem trip bin ich weiß ich gar nicht so da vorne ging es weiter da bei der fingerleserin da ist ja keine mehr so immer gerade hier ins feuer ach da ist sie wieder echt kommst du wieder vergiss es ja sorry also sie kann man gar nicht endgültig vernichten oder was ist das bei jeder fingerleserin so dass das speziell jetzt bei der gerade anders mal kurz reden dann sagen die wieder das gleiche also sind einfach schilder die in der gegend rumstehen wenn man so umhaut dann werden sie unsichtbar traumhaft so jetzt hier rüber brettern könnte es sein dass das ein kampf auf dem pferd ist weil es noch mal ein recht großes gebiet ist und weil ziemlich viel was ist das da ist einfach nur der weg durch und weil was so uns normal durch diesen durch diesen sumpf da warten können was ich so auch kann okay warum war ich beim anderen kampf da so langsam und was bist du auch nee in todesfurchtfrosch oder so was so irgendeinen quatsch machen die doch immer was ist da das ist wahnsinn todfurcht wie auch immer ich sollte auch diese sache hier ernst nehmen vor allem bei mehreren die sind schon hässlich ja klar dann springt man mal rein kann man ja mal machen ist auf jeden fall eine idee die ich mal wieder hatte jetzt kommt gleich von hinten so ein blöder froschen killt mich warum mache ich so sau wenig damage mit dieser blöden armbrust die nie trifft was ist dann das ja klar man kann es geschickter angehen weiß ich so stirb frosch also da bräuchte man irgendwelche widerstände bevor ich mir gleich irgendwie selbst in die birne reinhacke oder was da auch immer passiert sowas bei den alten teilen oder ich weiß gar nicht ob wir das hier schon hatten keine ahnung da haut man sich da immer selbst irgendwie um so irgendwas ist hier noch los ist das nur ruine keine ahnung wasser wunderschönes wasser frosch kollege sondern geben wir direkt eine mit dass er erst gar keinen bock auf seine finsterniste hat oder die er da ausrufen möchte oh gott jetzt wäre ein guter stück was ganz schönes habe ich doch oder genau sowas ha ha da guckt da blöd ihr blöden frösche ich kann doch was ich kann jede krasseste skill ever ha ha das war gar nicht mal so schlecht oder geben die auch xp oh ich sollte mal auf die anzeige da unten achten ja weil ich mache auch nichts mehr traumhaft himmelsträne brauner doch oder hat war das war der tür bestimmt ich gleich gleich ist es soweit gleich habe ich es geschafft gleich habe ich es geschafft jo jetzt oder nein noch nicht jetzt 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 verräg verräg oh gott was ist das hier auf jeden fall echt nicht schön äh was ist da da hinten was geht mit dir ab was ist das für ein vieh das da irgendwie auf mich ballert hä keine ahnung jo ich lass den mal machen was auch immer der da hinten abzieht der hat ja keine aggro vor mir oder was ist das jetzt sind das auch sind das noch frösche ich dachte die wären alle gekommen oh gott nee alter okay ich bin gleich tot wir wissen dass es so kommt ich werde tot sein die bewachen aber was lilan ist das ist natürlich nett so dann kommt mal her einer nach dem anderen bitte ein gast nach dem anderen so da gehe ich oh gott nee gehe ich jetzt auch so ganz erbärmlich fernkampfmäßig vor und falle hinter mir in ein loch oder so ey die frösche ne die kotzen mich ja echt an so einer kann ich mir gleich mal rausnehmen oder so genau den da so jetzt machen wir es so so den und jetzt kloppen wir den weg kloppen wir den weg hallo triff ihn bitte sehr schön so zwei weniger ist schon mal nice was brauchen wir zum aufsteigen 90.000 oder so ist natürlich schon mal nett jetzt wird er auch bald nochmal was machen können ja genau spiel ja kann man mal so machen man kann auch mal so um umwählen ach ich wollte mich gerade ganz erbärmlich anschleichen an den frosch komm mach deine suppe doch einfach mal nebendran und nicht in die schreien und so ein shit mach doch mal keinen so blödsinn alle weg oder es gab ja hier irgendwie jetzt heilung so was ist das hier hab ich nicht gemacht wegen nem runenbogen oder landschaft jetzt und nem schmiedestein eitraumhaft ich bin echt mega begeistert gut XP gibt es hier ein paar aber es ist auch nicht ganz ungefährlich also ist jetzt nicht so dass ich sage wow krass krasse farmgegend alter was ist das hier vorsicht vor höhle was was stand da noch und dann vorsicht vor starker feind traumhaft wo ist die höhle wo ist der starke feind und wo ist meine laterne doch die war an soll das da eine höhle darstellen oder was ne ne hä das ist doch keine höhle oh was ist hier los kann ich hier was öffnen nö bin ich an der höhle vorbeigelaufen einfach wahrscheinlich ne wahrscheinlich war die direkt rechts ne monty style alter da war ja ach guten tag ey ist das hier nervig ach so ich hab gar keine heilung bekommen ich hab hier skill bekommen also hier mana punkte dingens so komm den hauen wir einfach so weg zumindest mal so weit runter so komm nein ich wollte gerade sagen es ist ja nur einer gehen wir mal ran aber oh komm ich dachte der wäre down hallo das drüber schlagen von dieser waffe im moveset ist sowas von schlecht so tschüss so gehen wir mal auf die normalen heiltränke zurück lang gedrückt halten ich bin ja doch noch ein bisschen im game und ich mach schon wieder die laterne aus ich bin wirklich ein held so wo war jetzt die höhle die da angesprochen war war die da im wasserfall drin oder was erstens wunderschön geht so da war doch eine höhle angesprochen worden das ist auch keine höhle das ist eine höhle mit einem bär jo alles klar und da komm ich nicht so einfach dran oh Gott ist das behindert ne alles klaro trinkt das was wenn ich den bekämpfe schaffen wir den macht das irgendein gut der hat von mir abgelassen stimmt wir haben ja diese bestien fackel geschichte da ja aber da droppe ich ja eher runter oder hier komm ich irgendwann mal hin ich hoffe so rum macht das keinen sinn ich kann es mir mal vormerken aber ich glaube nicht dass das jetzt sinnvoll ist so sag ich jetzt einfach mal so komm ich da irgendwie drauf hoch wie auch immer ich finde es schon ganz witzig gerade Ast mehr fällt mir dazu auch nicht ein Ast so oh ey ne ey ihr Nervsäcke so stirb stirb und stirb traumhaft ne es macht echt Spaß hier Frösche noch ein Frosch noch viele Frösche jetzt laufe ich da wie blöd rein ist ja klar ne ne die machen hier echt Party ne anschleichen wäre auch ein Skill den ich mal nutzen könnte ah da ist der dicke das dicke Ding was auch immer das ist was soll das sein wenn ich das Ding jetzt angreife kommen von überall die Frösche her oder die hier noch überall so rum chillen oh hä was war das bin ich gerade erschrocken war gar nichts oder was was mache ich denn hier ich visiere die ganze Zeit wie wild an aber da passiert nichts oh ne die Nachricht die gerade da war ist weg oh je das Ding hat doch eben Feuer gespeit oder oder was auch immer gespeit ah ok man kann es aber relativ gut fernkampfmäßig da weg machen da kommt zwar eine fette Druckwelle auf mich zu aber passiert nichts sau geil das machen wir weil das bewacht auch irgendwas das Ding da Nachricht wurde bewertet bin ich voll dabei mega nice bist du down jo alles klar 4000 XP bin ich dabei ist das sonst irgendwas was auch immer da an euch rumgeforscht gemacht hat ist echt nicht geil das sind auch alles so kleine ne was ist das da ist irgendwas aus denen rausgeschlüpft oder so und das sind diese Ghosthawks Viecher da Halbmenschen wie auch immer Vakuumschnitt jo neuer Skill jo ist auf jeden Fall nett was hier passiert ist da ok haben wir einen neuen Skill erlernt dann würde ich sagen machen wir an der Stelle Schluss ist auf jeden Fall recht nice macht auf jeden Fall Bock und machen wir an der Stelle im nächsten Part weiter was auch immer uns hier noch erwartet das ist irgendwie ganz merkwürdig Frösche und Ghosthawks ja auch keine Ahnung macht auf jeden Fall Laune ich wünsche euch was bis zum nächsten Mal haut rein ciao spun und Vielen Dank.